Dieser Mann ging am Morgen nach draußen, um einen riesigen Haufen Schnee in seiner Einfahrt zu finden. Anstatt ihn einfach zu entfernen, beschloss er damit Spaß zu haben, indem er den gesamten Schnee zu einem echten Ferrari formte. Er verwendete sogar umweltfreundliche Farbe, um den Schnee rot zu machen, und es begann echt real auszusehen. Er machte den Ferrari genau in der gleichen Größe wie einen echten und fügte sogar alle Embleme hinzu. Ohne so etwas jemals zuvor getan zu haben, sah sein Endergebnis aus wie ein nagelneuer Ferrari in seiner Einfahrt. Abonniere, wenn du auch einen Schnee-Ferrari haben möchtest!